Guten Abend miteinander. Immer wenn Sie das Symbol hier hinter mir auf einer Coop-Packung sehen, können Sie sicher sein, dass das Produkt mit der Umwelt auf gutem Fuss steht. Coop-Eko-Plan bedeutet nämlich nichts anderes, als dass die Produkte umweltschonend produziert, umweltgerecht verpackt oder unschädlich entsorgt werden können. Nicht nur das Produkt, auch die Verpackung ist für Coop ein Anliegen. Fürs Glas hat sich Coop besonders eingesetzt und Aludosen aus dem Läden verbannt. Die Schweizer sammeln gerne und viel Glas und sind auch beim Papiersammeln Weltmeister. Mittlerweile wird schon so viel Papier gesammelt, dass man gar nicht mehr alles verwerten kann. Kreative Köpfe haben aber auch hier wieder Lösungen gefunden. Zum Beispiel in Form einer Weltneuheit im Deo-Bereich, die jetzt neu bei Coop erhältlich ist. Der Pelter vom 8x4 Atomiseur, ein Zerstäuber ohne Triebgas, wird nämlich zu 80% aus Altpapier hergestellt, ohne dass er wegen dem weniger attraktiv oder funktional wäre. Das ist aber nicht der einzige Vorteil dieses Produktes. Ist die Originalpackung einmal aufgebraucht, kann man sie durch die Austauschpackung ersetzen und einfach die Pumpe vom leeren Pelter draufschrauben. Auch das gibt weniger Abfall, weil man die Pumpe fünf- bis sechsmal verwenden kann. Die neuen 8x4 Deos in der Öko-Packung haben naturidentische Wirkstoffe und sind darum besonders hautfreundlich. Bei Coop sind zwei ausgesuchte Duftnoten erhältlich. 8x4 – eine der bekannten Marken, die Sie immer im Coop-Angebot antreffen. Das gibt mir auch die passende Überleitung zum Coop-Jubiläumsmarkenspiel. Wir kommen heute zur 15. Ziehung. Das Glücksrad läuft an und in wenigen Augenblicken wissen wir auch, für welche Marken Sie sich entscheiden sollen. Es läuft immer noch und bleibt stehen auf Edam Suisse. Falls Sie Edam Suisse auf Ihre Postkarte geschrieben haben, haben Sie jetzt die Chance 1000 Franken zu gewinnen. Danke, Peter. Die Eva ist Glücksfee für heute. Und jetzt wissen wir dann auch, ob wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin haben. Wir haben diesmal einen Gewinner, ein Herr Gustav Huber an der Ackertstrasse 11 in 8400 Winterthur. Herzliche Gratulation, Herr Huber. Bevor wir zum Rezept kommen, möchte ich Ihnen nochmal eine Neuheit aus dem Öko-Bereich vorstellen, die es zurzeit nur bei Coop gibt. Es ist die Ucar Alkaline Professional, die neue Langzeitbatterie ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Die Batterie, die laut eidgenössischer Schadstoffverordnung als schadstofffrei bezeichnet werden, entspricht also auch der Anspruch der Öko-Coop-Philosophie und bringt Anforderungen als Produkt mit den Bedürfnissen der Umwelt in Einklang. Trotzdem möchte ich Sie aber bitten, auch diese neue schadstofffreie Ucar Professional in Coopladen zurückzubringen, wenn sie verbraucht ist, damit sie dann der geordnete Entsorgung übergeben werden kann. Geschmachte Kalbshackse mit breiten Nudeln. Etwas Passendes für einen gemütlichen Abend mit Gästen, die gerne herzhaft hinzugreifen. Die Kalbshackse, wie diese hier, habe ich gesalzen und gepfeffert, dann für eine Viertelstunde in den Ofen hier. Mit Weisswein und Wasser abgelöscht und dann noch anderthalb Stunden bei reduzierter Kitzel schmoren. Während dieser Zeit habe ich das Fleisch mit Jus begossen. Jetzt sieht es schon ganz schön aus. Jetzt kommt noch Gemüse dazu, und zwar Köl, Siebel, Knoblauch, Sellerie und Rüeble. Das Ganze kommt nochmals für eine halbe Stunde in den Ofen. Wenn es nicht so weit ist, die Kalbshackse rausnehmen, fünf Minuten stehen lassen lassen, den Knochen rauslösen und das Fleisch gegen die Faser tranchieren. Dazu gibt es breite Nudeln und ich kann Ihnen versprechen, der Aufwand für das Rezept Das lohnt sich. Und wenn Sie noch einen Moment bei uns bleiben, werden Sie sehen, dass sich das Einkaufen bei Coop auch immer wieder lohnt. Zwei Herrenhände mit passender Krawatte offerieren den Coop für nur 35 Franken. Avela Strumpfhose Tango und Pratik gibt es jetzt auch zum Aktionspreis, z.B. das Trio Avela Pratik für nur 4,40. Zwei Pakete Cambly Butterfly bekommen Sie für nur 5 Franken. Der Top Erika Grazilis für nur 3,50. Und das Kilo Bananen für nur 1,90. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot, der Grossbeutel Arnie Prussien für nur 2,70. Heute haben wir Ihnen hier im Mittwochstudio wieder verschiedene Neuheiten vorstellen. Schauen Sie sich doch bei Ihrem nächsten Besuch bei Coop genauer an. Vorteile werden bestimmt auch Sie überzeugen. Ade miteinander.